Hi, willkommen zu einem weiteren Cheese Video und heute, ja ihr seht, sie ist schon tot. Ein Cheasing Video, wenn wir Marlenia mal wieder ein bisschen bescheißen können. Ihr braucht dafür nur die Zauberei Uraltes Todesgrund, das seht ihr unten links. Er benötigt zweimal den Stab des Todesprinzen. Ich habe ihn mir hier nochmals von jemandem geben lassen. Warum verstärkt Todeszaubereien? Ganz wichtig, ihr müsst ihn nur nochmal in der linken Hand haben. Der muss nicht mal geupgradet sein, das ist vollkommen egal. Das abgegradete Teil müsst ihr nur rechts haben. Dann habe ich hier noch die dunkelblaue Kapuze, gibt minimal ein bisschen mehr Mana und was ganz Fettes, denn ihr müsst schauen, dass eure Mimik nicht stirbt. Deswegen die dickste Rüstung, die ihr habt. Ich habe hier halt Lionels Rüstung an. Als Talismaner, Götzen-Schulen-Talisman, Götzen-Masse-Talisman, Radagons-Ikone und Ritualschwertalisman. Dann natürlich die Mimik, die ist unabgänglich. Und in der Arzneimischung haut ihr euch bitte rein, einmal für Ausdaueregeneration und einmal für mehr magischen Damage. Das seht ihr da unten in der Mitte. Dann empfehle ich noch 5x Heilung und 9x Mana-Reggeneration. Und ihr habt einen ziemlichen Mana-Verschleiß, geht lieber darauf, dass ihr mehr Mana dabei habt, als Heilung. Okay, so weit, so gut. Testen wir es mal aus, ob es einigermaßen funktioniert. Also, bis gleich dann. Also, wir gehen rein, holen hier unsere Mimik dazu, fallen uns mal wieder voll, gehen schon mal auf unsere Arzneimischung. Mimik, komm, spawn. Wir wollen nämlich, dass sie nur die Aufmerksamkeit voll und ganz auf Mimik lenkt. Und wir hauen unsere Arzneimischung rein und spammen. Und wir können einfach nur noch Ar1 drücken und möglichst darauf achten, dass ihr einen niemals fokust. Und wie ihr seht, der Rest wird hier alles von dem Zauber erledigt. Das ist sogar gerade gebrochen. Oh, es tut mir schon fast leid. Einmal nachtanken für maximale Effizienz. Wer hat es halt tatsächlich noch geschafft, dass ich nochmal hier so einen dusseligen Wasserfalltanz machen kann? Ich glaub's ja. Da so, bla bla bla. Wir laufen hier vorbei. Hoffentlich hält Mimik noch eine Kante durch. Das wird wunderschön. Mimik nicht sterben da hinten. Und feste Spammen. Feste Spammen. Wie sie es mit euch macht. Immer feste, weiter Spammen. Mimik ist jetzt tot. Aber ich glaub, wir sollten das noch hinbekommen. Und ich hab einfach nur Ar1 gedrückt. Die ganze Zeit gut. Könnte ein bisschen Belastung vom Finger sein, aber hey. Also, einfache könnte es nun wirklich nicht haben. Gib das hier, das gehört mir. Ich bin sorry. Ich bin sorry.